Was ist das Haus des Stiftens? Ich habe nach meinem Studium der Soziologie und Politikwissenschaft 2008 beim Haus des Stiftens als Projektleiter angefangen. Das Haus war damals noch eine vergleichsweise kleine Organisation mit, glaube ich, zwischen 12 und 15 Mitarbeitern. Und das Projekt, um das es ging, ist uns IT-Portal Stifter Helfen IT für den Profits, bei dem es um die Vermittlung von Software- und Hardware-Spenden an gemeinnützige Organisationen ging. Und gefühlt war das wie eine Art Start-up in einer kleinen Organisation. Und über die letzten 13 Jahre hinweg haben wir dann die Chancen, die sich uns im Rahmen des Projekts ergeben haben, konsequent genutzt. Und den Themenbereich Unternehmen und den Profits als zweiten neuen Geschäftsbereich im Haus des Stiftens aufgebaut. Mein persönlicher Werdegang war demnach sehr klassisch. Vom Projektleiter zum Bereichsleiter, dann hin über das Mitglied in der Geschäftsleitung zum Geschäftsführer von Haus des Stiftens. Dazu allererst muss man sicherlich sagen Partnerschaften. Fast alle Angebote und Programme im Haus des Stiftens realisieren wir mit der Unterstützung von Dritten und fortlaufen eben die Brücken zwischen der Unternehmenswelt und dem Non-Profit-Sektor zu schlagen und zu bilden. Der zweite Punkt ist unser Wirkungsbereich. Wir können lokal, regional, national oder sogar international wirken mit unseren Programmen und Angeboten. Der dritte Punkt Skalierung. Unsere Angebote sind darauf ausgelegt, möglichst viele gemeinnützige Akteure zu unterstützen. Der vierte Punkt ist Innovationskraft und Agilität. Es gibt eine hohe Bereitschaft im Haus des Stiftens auf Trends und den Bedarfen der Unternehmenswelt wie dem Non-Profit-Sektor zu reagieren. Und so fortlaufend unsere Programme und Angebote anzupassen. Und als letzten Punkt muss man natürlich sagen, ein unfassbar tolles Team von 40 Mitarbeitern, die täglich darauf brennen, Impact zu erzielen und damit einen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen zu leisten. Wir haben in den letzten 13 Jahren sehr viele Angebote und Strukturen für wirkungsvolles Unternehmensengagement aufgebaut. Wenn sich heute Unternehmen mit eigenen Produkten, Geld oder Wissen für gemeinnützige Organisationen engagieren wollen, finden sie im Haus des Stiftens einen kompetenten Begleitungs- und Umsetzungspartner. Perspektivisch werden sicherlich Multiakteurspartnerschaften zwischen der Wirtschaft, der Politik und der Zivilgesellschaft an Bedeutung gewinnen. Das Pooling von Ressourcen und Kompetenzen zur Lösung großer gesellschaftlicher Herausforderungen, wie beispielsweise dem Umwelt- und Klimaschutz, im Bildungsbereich oder bei der Bekämpfung von Armut, ist notwendig. Ein weiterer Punkt ist, dass die Einbindung von Dritten, sei es Mitarbeitern, Partnern oder Kunden, im Rahmen von Corporate Citizenship-Aktivitäten zunimmt. Und wir im Haus müssen dazu die notwendigen Lösungen bereitstellen. Nach vorne gedacht, es wird sicherlich neue Zielgruppen geben, die wir in Ihrem Engagement unterstützen. Ich denke da insbesondere an mittelständische Unternehmen, KMUs oder auch ganz junge Unternehmen wie Start-ups. Wir wollen und wir werden weiter wachsen. Auf der Seite der Non-Profit-Organisationen, die wir unterstützen, genauso wie auf der Seite der engagierten Unternehmen, die einen kompetenten Ansprech- und Umsetzungspartner benötigen. Aktuell betreuen wir 85.000 Non-Profit-Organisationen und 100 Unternehmen. Und ein bisschen nach vorne gedacht, glaube ich, dass wir gut 250.000 gemeinnützige Organisationen unterstützen können und mehr als 200 Unternehmenspartner begleiten können. Unser Ziel ist es, dass es eine Selbstverständlichkeit für Unternehmen wird, sich mit mindestens 1% einer Unternehmensressource, sei es durch Eigenkapital, Arbeitszeit, Produkte oder Gewinn für Non-Profit-Organisationen in Deutschland oder der Welt zu engagieren. Vielen Dank, hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir finden eine Fortsetzung in naher Zukunft.